Ja! 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 Aber was spielen? Ja! Ja! War das gut? Ja! 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 Noch ein extra! Ja! Weltklasse! Ja! Stark! 2 Hände noch! Ja! Wenn du den Ball aus 6 Metern so wegholst, ist alles gut! 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 Ja! Ganz anders! Klasse Ball! Und drauf! Guck mal! Ich kann das nicht! Gibt es nicht! Gibt nur Training, 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 Training! Ja! Satt! Gut zu! Weiter! Klasse Kimi! Aber ich weiß, dass das Bein richtig ist! Können wir nachher in der Analyse ziehen! Seh ich so schnell jetzt auch nicht! Der war klasse! Ja! Setz dir jetzt mal vorne! Locker stehen! Und spielen! Lasse! Vorne kommen! Reinschieben! Gut! Gut! Probier mal noch explosiver nach vorne zu schieben! Ja! Nicht zu hängen bleiben! Ja! Bist keine 3 mehr! Vorne! Explosiv nach vorne schieben! Ja! Ja! Die will ich sehen! Genau so! Locker zurück! Offenstehen! Gut! Zurückstank jetzt nach vorne kommen! Exklusiver reingehen! Zurück! Stop jetzt! Stehen! Ja! Vorne kommen! Klasse Ball! Kontrolle! Noch einmal! Ja! Gut! Du hast ja die alle da hingelegt! Musst mal aufhören! Ja! 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 Boah! Du kannst dich warm anziehen! Du bist echt! Wenn du es so kieft! So willst! Ja! Klasse Ball! Pause! Länger da weg! Schieben der Beine! Lass! Hoch! Wieder fangen! Ja! Ah! Weg! Gut! Komm! Wir weitchen! Weit! Ja! Gut! Komm! Ja! Und rein! Schieben! Schieben! Gracias!